so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video ja ich glaube ihr kennt mich meine absoluten lieblingsbombenrohre die thunderking ja heute gibt sie mal im schnee ich bin gerade ein bisschen angezogen so sorry hier seht ihr mal 1 ganze 6,8 gramm nec haben die teile einen schönen feuertaff haben die auch unten und einen echt geilen knall kann ich nur jeden ans herz legen vor allem sind ja auch noch besser als irgendwie nico flashbang und ja dann immer nämlich gleich stehen hier den hier schon belacek zerstört hat gleich geht's los überhaupt perfektes wetter und ja mach mal den ersten von der king von jorge absolut geile teile gleich noch einen zweiten hinterher absolut krank jetzt auf jeden fall noch zwei thunderking von jorge top kaufe empfehlung richtig geile teile